Über manche Zutaten in Lebensmitteln möchte man eigentlich nicht nachdenken. Zum Beispiel über Gelatine, die sich in vielen Süßigkeiten befindet, zum Beispiel auch in den beliebten Gummibärchen. Da Gelatine selbst nicht besonders appetitlich ist, da es aus Schweineschwarten hergestellt wird, daran erinnert uns schmerzlich ein Video des belgischen Senders VRT. Hier verfolgt man den Weg vom fertigen Produkt zurück zum Ursprung der Gelatine. Und der liegt nun mal in einer Schlachterei. Das Video wurde schon fast eine Million Mal angesehen und nicht wenige sind sicher überrascht von dem Herstellungsweg. Na dann, guten Appetit! Das komplette Video gibt's auf Joyce.de.